Wenn wir um 16.25 Uhr die Bahn nehmen müssen, wann müssen wir dann hier oben runter, sagst du uns Bescheid, ne? 5.04 Uhr. Stehst du dann da? Mit so einem Fädchen hier, mit so einem Wellkampfer da. Letzte Fahrt, willkommen. Das mach ich nicht, ne? Da gibt es ja eine wunderbare alte Therapie dagegen, wenn man zu spät kommt. Hier übernachten? Ja, müssen wir am Mittwoch schon, danke. Das ist wunderbar, da denkst du dir nachher, nicht lange. Es passiert hier nur einmal. Nächstes ist er beschissen zu schlafen mit der Hälfte. Ja, ich geh immer, ich geh sonst zu Fuß da über die Zahnradbahn da runter. Wie willst du da runterkommen? Zu Fuß, gemütlich, geh! Warum? Wenn du mit der Hälfte runtergehend bei dem Schnee, fahr nicht über links. Dann gehst du mit der Hälfte runter. Geh mit der Zahnradbahn runter, am Griff oder bist du auch im Schnee? Danke schön! Das war's für heute.